Feierabend und herzlich willkommen zurück bei Cards Against Humanity Wieder die gleiche Truppe wie vorhin Oder wie letztes Mal Weil vorhin ist ja nicht Innerhalb von so wenig Zeit Noch zwei Folgen hoch Wow, er hat eine Doppelfolge angekündigt Danke Crimson Und weiter Ich habe mich gerade gefragt Wo das Meerscheinchen herkommt Ja Das war ein bisschen So, jetzt stellt euch mal vor Ihr seid selbst ernanter Auftragskiller Habt aber sowas noch nie gemacht Wie bereitet ihr euch vor? Oha Ja, ja Man hat jede Vorstellung gefallen Aha Und Crimson weiß doch Ich bin die Ruhe selbst Ich kann mich nicht entscheiden Nein, nein, nein Du bist doch Ja, wahrscheinlich Nee, nee Ja, wir sind auch am Anfang gefragt Ich muss mich jetzt Noch, ich muss noch nachdenken Und nicht den Zufallsfaktor entscheiden lassen Der Crimson ist dran Das heißt, der Crimson Findet das hier lustig So Denkst du Sonst eher spiel ich Wie bereitest du dir Deinen So gesehen allerersten Auftragsmord vor Mit dem Judenzerstörungs-Set Jetzt Und wenn sie innerhalb der nächsten drei Minuten anrufen Erhalten sie diesen Badeschwamm gratis dazu Ich hab dann gerufen in den Badeschwamm, danke Duschkappe Duschkappe Dazu gibt's die auch noch Diese Duschkappe, die ich extra aus dem letzten Hotel mitgehen lassen habe Zusätzlich zur Zeitung Sie wird sich nur noch vorbereitet Auf die Straße gehen und gegen verstopfte Gully demonstrieren Verdammt, nein Niemand wird wissen, wer ich bin Das ist nicht Dann werde ich Fuchs, Teufelswild und zum Auftragskiller Man kann sich aber auch so vorbereiten, indem man als Kannibar im Kindergarten arbeitet Ja, ich sehe sie zusammen Ganz viel Kinderüberraschung Das ist so absurd Yes Schade, schade, Schokolade Ich wollte eigentlich erst das Juden-Zerstörungs-Set nehmen Aber dann hab ich gedacht, nee Weil Ben ja angekündigt hat Da hab ich gedacht, das ist das seins Ja Also das Ding ist Mittlerweile ist meine Taktik Ich zerstöre einfach die Plays von anderen Statt selbst zu gewinnen Einfach ein Arsch sein Das ist meine Devise So Ist bei Weitem besser als Salziges Popcorn Salziges Popcorn ist bei Weitem besser als süßes Popcorn Finde ich auch Lass den Mais aus dem Spiel Ich hab Popcorn jetzt genannt Und Salziges Popcorn ist besser als süßes Popcorn Das stimmt Wenn du letztens bei Splatoon 2 Also wenn du letztens Splatoon 2 spielen sollen Ich habe auf jeden Fall für Pearl und den Salzigen Popcorn gestimmt Hundertprozentig, ich hab da sogar zwei Runden gespielt Mehr als sonst Da hab ich nur noch eine gespielt Oha Oha Ja, das ist mir wichtig Ich hab nur fünf oder sechs Und dann war ich Sehr pissig, weil die Weil das wieder so schlecht ist Zusammengekommen Ja, du warst doch bestimmt bei dem süßen Popcorn-Team Bestimmt, oder? Ja Siehst du, kein Wunder Weil nämlich das Salzige Popcorn-Team einfach stärker und besser war Wir sind wenige, aber wir sind gut Ja, Level 40 und sowas Ja, das sind halt die Die wissen Bescheid Deswegen sind die auch so hoch gelevelt So Das Beste für die Reste ist bei Weitem besser Als sich ein Stacheldrahtzaun langsam durch den Arsch Ich glaub auch, ja Das Beste für die Reste ist besser Als sich ein Stacheldrahtzaun langsam durch den Arsch ziehen Okay, okay Kann man sich mal überlegen Eine CD in den Arsch schieben ist bei Weitem besser Als Papierflieger Mit meinem Laserdisc-Abspielgerät Das ist schön Das gefällt mir Und das Nächste Jemanden von der Klippe schubsen und einfach weggehen Ist viel besser als einen Eimer voll mit verrotteten Eiern Absolut Aber ich find das eine hier Das könnte von so einem Idioten Wirklich so die Aussage in so einem Einzelgespräch sein So Alter, wenn du die CD in den Arsch schiebst Mach ich mir lieber, als wenn mir so ein Papierflieger ins Auge fällt Ich find das super Gefällt mir Lieber im Auge, ist nicht geil, ne? Ist nicht geil, nein Lieber die CD im Arsch, weißt du? Ja Wer weiß noch, welche CD wir davon reden Es könnte auch so eine PSP-CD rein sein Ja, dann sind die klein Oder in der Gamecube-Disc Dann ist das alles möglich Diese winzigen Single-CDs oder so Wo nur ein bis drei Lieder drauf sind Ja, genau Die in irgendwelchen Verpackungen dabei waren So, was sollte Pan denn als nächstes cosplayen? Uuuuh Das hat man vor einigen ganz vielen Folgen, Batschi Da war ja Abtreibung Wie kann man Abtreibung cosplayen? Nö Das geht, glaub mal Du verkleidest dich als weggeworfener Foto Als Abtreibung, als das abgetriebene Baby, ja, genau Boah Also wie das, wie das, äh Dingensbaby, was bei Gronkh immer rumtänzelt Ja, das Kackebaby Das Kackebaby aus, aus PT Warte, wenn ich ja gerade nicht mehr Kackebaby heißt Das Kackebaby, Prinz Kackwurst Ich hab nichts Was man cosplayen kann? Äh, hier, da Burn, burn, burn So, Pan sollte als nächstes eine kleine süße Hanfpflanze cosplayen Das war niedlich Ja, schön Kann ich mir auch mal vorstellen Mein Name ist Flowey Flowey, die sieht die Blume Ich glaub, der Typ ist ständig high Oder Ronny Aber so ein Gejinka dann halt, ne Ronny ist halt die schlechte Kopie von Flowey Einfach Ronny, ey Ronny 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 Los Rufus, spring ihn einfach Einfach springen Einfach springen Oder einfach nehmen und aus dem Balkon werfen Ja, Rufus, Mann Töte es mit Feuer Töte es mit Feuer So, und Pan sollte auch als nächstes eine Fleischpeitschen fressende Ameise Was, was Fleischpeitschen fressende Ameisen Cosplay Dann macht auch eine Fleischpeitschen fressende Ameise draus Eine einzelne Aber was ist denn eine Ameise? Eine Ameise Piraten oder Ach, die Ameise Das neue Sea of Thieves Ich brauche Das Ameisen Das Ameisen Das Ameisen Aber sie ist Fleischfresser Das ist mir schwierig vorher Okay Und, äh Was könnte denn Panen noch? Jetzt Nächsten Monat auf der Dokomi cosplayen Homo Fürst der Finsternis Ja Nein, auf Machen wir Läuft So werde ich es erkennen Jaaaa Es ist Hat es aber auch verdient gewonnen Nein Nein Doch Doch, doch Das ist das Was macht Ronny Deswegen ist Afrika so einfach gestrickt Ja, auch nicht gemeint Was? Nein, die Karte habe ich nicht geschrieben, nein Ich bin ganz unschuldig Fühlt mir mal gerade nichts besseres als ein Hm Achso, ja Ja Scheiße Hunger Das Ding ist einfach Das ist Pöse, pöse Pöse, pöse Von der Sonne getrocknete Kackwurst mit Krocknären, deswegen ist Afrika so einfach ges- Weil ich es kann, deswegen ist Afrika so einfach ges- Ach komm. HUNGEER! War selbst geschrieben. Oha. Der beste Song von Michael Scheffner. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich muss echt überlegen, warte. Komm schon. Hirn. Komm schon, Hirn. Es ist der Crimson. Ich hab einen richtig großen Disput innerlich gerade. Ich wollt grad sagen, das klingt nach einem richtig großen, was anderem, aber... Verdammt. Ah, egal. Okay, komm. Ach, Mr. N. Bechi, Bechi, Bechi. Nein, nein, nein. Ich muss es machen. Ich kann nicht. Ich hab's versucht, aber ich kann nicht. Kiara, Kiara. Schreibt noch, lass sie hier. Sie muss gucken, wie man Mais schreibt. Ja. Erstmal ein Wörterbuch. Mit oder ohne H? Mais. 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 Mais? Ey, das gibt's doch nicht. Scheiße. Und das Ende ist noch mal schnell. Ich hab's mir grad selbst gekackt. Ich würde mich beeilen, Ben. Ich weiß. Niemand weiß, wie lange Bechi noch brauch. Okay, ich hab gewechselt. Oh, bitte bereue ich's nicht. Der Schmerz. Reiß dich zusammen. Mais dich zusammen, genau. In der Zwischenzeit, Alexa, erzähl ein Witz. Oh, nein. Häschen geht ins Rathaus und fragt den Beamten. Aldo von 8. Sagt der Beamte, aber sicher. Sagt das Häschen. Wechseln. Boah. Der ist so alt, da sind noch Hakenkreuze dran. Uh. Lass dir was Neues einfallen, Kevin. Lass dir was Neues einfallen, Kevin. Ist die Chiara überhaupt noch da? Ich hab's. Ich hab's. Ah, okay. Sehr schön. Ich wollte grad nochmal wechseln. Zu spät. Oh, der beste Song von Michael Jackson. Tränen und verdrückte Sklaven. Der wird auch, der wird auch Earth Song genannt, ne? Alter. All I wanna say is that I'm really a bitch on us. Slays. Au. Beste Song von Michael Jackson. Peng von den... Deshalb muss die Nase auf Hilfe operiert werden. Ja. Ah. Guter Song. Und? Noch? Außerlich mal auf Platz 1. Where you make me feel. Kidscore version. Woah. Woah. Das ist Bad Fear. Woah. 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 Alter. Ich wär jetzt auch schon beleidigt, wenn du das eine nicht nimmst, ey. Ja. Vor allem das eine, was wirklich gut ist. Die anderen beiden sind ja mindestens genauso gut. Ja. Also es gibt eins, das ist überragend. Es gibt zwei, bis auf das andere. Die sind auch ganz gut. Die sind auch ganz gut. Geburtstag. Für Kinder. Geburtstag. 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 Wusste ich's doch. Oder im Volk wird auch Geburtstag genannt. Geburtstag. Oh. Geburtstag. So. Hm. Schlagzeile von 1939. Wo war das nochmal mit dem Hitler-T-Shirt anziehen? Ja. Hitler auf Tournee. Hitler auf Tournee. Hitler auf Tournee. Die größte Schlagzeile. Ah, es wird langsam dunkel. Ich muss nur ganz kurz. Ich fang. Ja, Licht hab ich auch schon angemacht. Ich hoch. Ja, so lange nehmen wir nämlich schon auf, Leute. Das lohnt sich dann wenigstens. Ja, das sind jetzt schon sechs Stunden. Also da kommen ein paar Folgen raus. So. War... War Flitzer bei der Fußball-WM 1954 in der Schlagzeile von 1939? Das ist die Team-Novel. Ja, das ist... Wer hat schon wieder die Sporteimer nachgeklaut? Die Zeitschrift hieß The Future. Dann gehen wir mal back to the future. Oh, Ben ist raus. Was? Oh fuck, was passiert? Oh, ich bin wieder da. Hey, da. Ich bin wieder da. HITLER-WIXO. Was? Klar, die ist sowas von selbst geschrieben. HITLER-WIXO war cool. Humanoid, der Denkspott. Es ist HITLER-WIXO. Geiles Text im Hitler. Und die merke ich mir. Chiara, die schreib ich mir ins Deck, ja. HITLER-WIXO war cool. HITLER-WIXO ist ein Kleindorf in der Nähe von Berlin. HITLER-WIXO überlebte seit Jahren. HITLER-WIXO war ein Traum, ey. Okay, beim nächsten Friendly Fire gibt es dann... Alles klar. Alles klar. Ja, definitiv. Alles klar. Sooo... Als... als... weiß nicht... Wetteinlösung oder Spiel oder, auf jeden Fall als Event gibt es dann... Als Event. Wetteinlösung vor allem. HITLER-WIXO. HITLER-WIXO. Also als... als... donation Ziel. Gibt es nächstes Jahr dann... dieses Jahr bei Friendly Fire dann... Meist die Geiste der Menschheit. Sanr? Was könnt ihr nicht machen, Tobi ist nicht dabei Eben nur Gronk ist doof Genau Ich wollte es schon davor spielen, aber ich hab mich für Peng in die Fresse entschieden Der beste Song von Michael Jackson wäre meist die geilste Gition Und ich weiß es, ich kann mich nicht entscheiden, Leute! Es geht nicht Oh, Mann, ey. Eine andere Donation-Einlösung-Zieldingens ist dann übrigens auch, sich langsam einzelne Stücke von den Ohren abschneiden. 100.000, 200.000. Das Problem ist aber, dass nach 10 Minuten schon die 1 Million geknackt ist. Da müsste schon die 4 Mittel noch ein bisschen... Da hat man direkt das Ohr ab von 3 Leuten. Für jede halbe Million ein ganzes Ohr. So, und weil das alles noch nicht genug ist, ist ein weiteres Donation-Goal, offene Wunden mit Säure ausspülen. Das hat dann noch mit Säure ausgespült. Ganz kurz, wo kommt einfach das Donation-Ziel, dass man auf eine Wunde kommt? Das ist die nächste Frage. Von den Ohren. Oh mein Gott, Genie. Hey, ab einer halben Million gibt es ein Stück Ohr abschneiden und bei einer ganzen Million bespüren wir die Wunde mit Säure aus. Das ist total. Ihr dürft bestimmen, wer. Nein! Das muss ja zuerst mal leicht, aber das muss das Ohr angesinkt werden. Ganz kurz, ich muss an der Stelle kurz erwähnen, ich habe keine Ahnung, was das mit dem Mais und Tobi auf sich hat, aber ich fand die ganze Zeit diese Option mit Mais so witzig. Ich glaube, Tobi hat mal erzählt, er hat wohl mal zu viel Mais gegessen und hatte davon extremen Durchfall. Und das ist halt so zu Running-Gag geworden und einer hat in den Kommentaren, also irgendwie so, wurde halt schon beim Erzählen, wurde übelst übertrieben, von wegen, dass einer gemeint hätte, Tobi wäre daran gestorben, aber Tobi, nee, Tobi war tatsächlich krank und nicht in der Aufnahme dabei. So war das. Das haben wir uns aber überzählt, Tobi ist halt nicht dabei, weil er sich am Maisdurchfall totgeschissen hat. Da hat einer in den Kommentaren tatsächlich gemeint, ist Tobi wirklich am Maisdurchfall gestorben? In einer Folge dann, wo er dann wieder dabei war. Geil. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe nur, ich hatte ja für die letzten Runden einfach mit dem Mais so witzig, weil das einfach so ausgebohrt ist und es hat sich einfach schön als Running-Gag dann implementiert. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das Original war. Ich feiere Mais, ich finde Mais cool. Und seitdem ist halt Maisdurchfall der Running-Gag. Ah, jetzt macht das mehr Sinn, aber ich werde Mais trotzdem geben, wenn ich es bekomme. Aber jetzt mal im Ernst, euer peinlichstes Erlebnis. Hä? Und das beruht, was ich jetzt wähle, sogar auf einer wahren Begebenheit. Ohne Spaß. Das ist keine Blank-Card. Das ist mir wirklich passiert. Und ich schäme mich so heute da extremst für. Aha, da wird getippt. Da wird getippt. Nein, das ist was anderes. Ich bin gerade bei TIP. Was schön ist denn, wenn man nicht nebenbei aufnehmen muss und einfach das Fenster wechseln kann, damit es nicht professionell aussehen muss. Aber wenn Chiara nochmal Lust auf die Folgen hat, kannst du die gerne bei mir schauen. Oder bei mir. Oh, diese Werbung immer. Bei mir kannst du es nicht gucken. Und zwar auf httt-doppelpunkt-double-slash-omis-geiles-spalte.de Ah, ja. Aber wenn Chiara gute Qualität bevorzugt, dann kommt sie lieber zu mir. Ah, ich hab ein bisschen Kotzung. Tschuldigung. Das bricht mir aus der Seele. Ah, jetzt geht mir auch wieder besser. Danke. Ein peinliches Erlebnis war, Rollenspiele gehören zum Sex dazu. Manchmal bin ich Natascha Kampusch, Während alle Spaß haben, sitze ich im Keller und masturbiere. What the... Hä, was? What the fuck? Was ist denn das, Alter? Das kann doch... Das kann nicht eine... Das kann doch keine vorgegebene Karte sein, oder? Doch, doch. Die ist aus dem Menschenhass. Ach, du Scheiße. Rollenspiele gehören zum Sex dazu? What the fuck? Okay, alles klar. Also, okay. So. Ein anderes peinliches Erlebnis. Laut in der Kirche forzen. Das ist dir passiert, Ben. Tut nehm ich. Man kommt ganz leise in den Saal. Keine Ahnung. Und dann auf einmal... Vielleicht spiele ich auch Natascha Kampusch. Wer weiß. Naja, aber jedenfalls... Alles ist totenstill und dann urplötzlich... Der war ja leise. Alexa besser. Alexa, pup's mal. Ja. Den kennt man. Nur das mit ein bisschen mehr Hallen muss man sich das dann vorstellen. Ja, ich hätte das noch kommen können. Aber das war's ja nicht. Das ist ja nicht meine Karte. Jo. Und das dritte peinliche Erlebnis war... Die Hose runterlassen... Und mit dem Penis den Hubschrauber machen. Das war bestimmt der Ben. Okay, es gibt zwei Karten, die wir hier schon mal versetzen. Also Natascha Kampusch und... Und der Hubschrauber. Aber das gehört nicht zu meinem peinlichsten Erlebnis dazu. Verdammt. Ben hat also immer Leute in der Kirche geforzt. Ey, das war so peinlich. Oh mein Gott. Oh, ja. Ja, ja, ja. Wie war das? Der Orgelspieler hängt schwach in der Bank. Ich merke, da oben ist der meiste Gestank. Oh nein. Das war so mehr so... Mehr so auf einer arbeitstechnischen Ebene. Weil ich arbeite hier für die Kirche. Ui, ui, ui. Ui, ui. Das war kurz vor Weihnachten. Ja, oh Mensch, Karten. Karten against Humanity. Mensch, lass mal spielen. Ja. Was machen wir seit 6,5 Stunden eigentlich? Ja, ehrlich mal. Jetzt übernimmt mir doch einfach mal eure Lösung aller Probleme. Abgesehen von Alkohol. Ich weiß schon. Bis bald. Mais. Ente, 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 ente. Mais. Mais. Geh rotisch aufs Knochen. Das ist die Lösung aller Probleme. Normal, sogehend, das kann jeder aufs Knochen. Oder die Katholiken nebenan die Gese verbrennen. Also wir können jetzt ein bisschen philosophieren, ob das jetzt wirklich die Lösung aller Probleme ist. Zumindest von meinem Problem. Ich würde mal sagen, lass mal die Katholiken ein bisschen erweitern und dann können wir weiterreden. Dann haben wir ein gutes Tier. Aber hey, ja, die Ente! Quack, 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 quack. Was beschäftigt mich? Da ist keiner mit beschäftigt, was Böses zu tun. Nee, nee. Wartet! Rief er. Doch schon in der nächsten Sekunde war sein gesamter Körper mit Kugeln durchbaut. Oh. Wo ist die Nichtschießen-Karte? Ich hab doch nicht meinen Skin. Ich hab den Skin. Oh, das wäre wunderschön. Wartet, nicht schießen! Ich wechsle gerade den Skin, rief er. Das wäre echt schön. Wartet! Wartet! Vorsicht, bissig! Rief er doch schon in der nächsten Sekunde, war sein gesamter Körper mit Kugeln durchbaut. Wartet! That's what she said! Rief er doch schon in der nächsten Sekunde, war sein gesamter Körper mit Kugeln durchbaut. Wartet! That's what she said. Oh. Wartet! Ich habe die Theorie, dass Hieroglyphen nur eine altertymische Comicstripe über seinen Charakternamen ist. Hört er ihn! Rief er. Hey, Kätzerei! Kätzerei. Hieroglyphen? Hieroglyphen? Oh, das ist beides sehr schön. That's what she said und Hieroglyphen sind beide sehr schön. Aber ich glaube, der Situationscomic-Cover. Ja. Schön. War eine gute Karte. Houston, wir haben einen. Was haben wir denn? Ab nur 13 kommen Sie bitte zum Punkt. Spannen Sie sich auf die Folter. Na, komm. Okay. Houston, wir haben einen Fieberthermometer mit Vibrationsalarm. Captain. Captain. Mit Mops-Geschwindigkeit. Beatleiter nicht, wir haben Amater-Schaden. Amater-Schaden. Die Klimper da das Klavier hält. Houston, wir haben einen. Wer das liest, ist doof. So ein Prank aus dem Weltall. Prank-Bitch. Hashtag Prank aus dem Weltall, Bitch. Oder Houston, wir haben einen. Das klingt, als wäre es nicht mein Problem. Ich bin drei Wunderbarer-Antworten. Das war eine gute Idee. Yes. Scheiße. Scheiße! Klarte einfach meine Karte! Der dreckige Hund! Ah geil! Es glitzert! Es ist sinnlos! Ich will! Boah, die anderen Karten sind schon sinnlos! Ich will! Ich will! Ich will! Du hast... Du hast Milch! Ich will! Da! Es glitzert! Es ist sinnlos! Ich will! Das Hohenkind von Peter Griffin! Hast du schon! Glitzert es? Es glitzert! Es glitzert! Oh, das ist sinnlos! Was da glittert ist der Sackschweiß! Boah! Es glitzert! Es ist sinnlos! Ich will! Urzeitmösen! Ah! 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 In Bernstein eingeschlossen, oder was? Es glitzert! Es ist sinnlos, denke ich mal! Es glitzert! Es ist sinnlos! Ich will! Ich will! Deine Stifte... Deine Tochter auf dem Sexklavenmarkt verkaufen! Jawoll! Aber vorher muss sie glitzern! Ganz wichtig! Urzeitmösen, Leute! Hm... Würde ich nie bereuen! Alles klar! Alles klar! Ich kann ganz ehrlich behaupten, die Karte hätte ich sofort gewählt! Das ist meine Karte, die ich jetzt benutze! Hätte ich genommen! Willst du ja bloß einen Punkt haben! Ich hätte sie wirklich genommen! Wenn ich die Karte sehen würde, in dem Kontext mit der schwarzen Karte, würde ich sie nehmen! Natürlich! Ja! Natürlich! Ja! Ja! Was ist mit der Karte? Sie hat einen kreativen Prozess! Das dauert immer ein bisschen! Du 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 du! Du kannst das unter dieser Nummer! Gleich kommt man jetzt... Da hat man jetzt AOLDSL Verbindungs... ...ehh! Zum Teil Upmodem, oder was? So, Selbstgespräch-Hotline würde ich nie bereuen. Ganz ehrlich, wenn ich nicht Selbstgespräche führen würde, würde ich mich hier überhaupt nicht mit intelligenten Menschen unterhalten. Boah. Nein. Das tut mir leid für dich. Kinder vom Fahrrad schubsen, um am Sattel zu schnüffeln würde ich nie bereuen. Nie bereuen. Niemanns. Never. You'll never take me alive. Dann schubst du das Kind vom Fahrrad. Schleckrosine. Boah. Ich würde nie bereuen. Wieso glaube ich dir das sogar? Das ist was anderes. Ich habe kein einziges Mal ein Geräusch mitgemacht. Das heißt, es war nur Crimson und Alu alleine. Eklig. Ihr dreckigen und versauten soll es sein, sagte. Ne, was? Deckig. Deckig und versaut. Schöne Decke über das Versaute legen. So soll es sein, sagte. Deckig und versaut. Schön. Deckig und versaut. Schön die Decke über einen legen. Dreckig und versaut. Nö. Wer sagte denn, dass es dreckig und versaut sein soll? Nö. Es kann nur einen geben. Nö. Es kann nur einen geben. Dreckig und versaut soll es sein, sagte Crimson. Oh ja. Dreckig und versaut. Hat mir nicht vor der Aufnahme besprochen, dass ich nicht zitiert werden möchte? Entschuldige. Sorry. Dreckig und versaut soll es sein, sagte. Sagten religiöse Geldinstitute. Das finde ich nicht schlecht. Das ist leider viel zu nah an der Wahrheit. Dreckig und versaut soll es sein, sagte. Führer Hauptquartier in Wolfschanze. Nein, komm. Das kenne ich. Ja, geil. Sehr gute Karte. Traumhaft. Traumhaft. Sorry für die Blankkarte, Alu. Oh, man kann es ja mal probieren. Okay. Ja, super. Nein, nein, nein. Versteckte man früher heimlich in der Bibel. Oh. No way. Geil. Doch, doch, doch. Das geht. Ach, ein Traum. Geht glaubt Flotti Karotti hier. Die Einstehung der Weltbevölkerung und wie man sie sinnvoll auslöschen kann, versteckte man früher heimlich in der Bibel. Ich glaube sogar, dass es mittlerweile fest in der Bibel verankert als Zeit. Sag es. Doch, ein Kästchen in der Bibel. The Eye of the Führer steckte man früher heimlich in der Bibel. Das ist niemals Fingling. Rentner-Bravo-Apotheken-Rundschau. Yeah. Rentner-Bravo-Apotheken-Rundschau. So geil, weißt du, wie so ein altes komödiantisches Ding, weißt du, wo jemand die Bibel liest, da runter hat einfach so eine Rentner-Apotheken-Rundschau. So, oh geil, zeig mir deinen Spesenwert, los. Also. Muss ich euch mal sagen, zunächst im Halloween verkleide ich mich als... ...transparent-Pudding. Also einfach nur eine wabbelnde Masse. Also, ich muss oberkörperfrei rumlaufen. Genau. Geil, ey, mega gut. Oder ich verkleide mich auch als... ...Mocker-Röhre. Ja. Ehh. 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 Ist ja Halloween, ne? Muss ja eklig. Ja. Großes Span. Und vielleicht verkleide ich mich zu Halloween auch als Amoklauf. Oh. 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 Oh, böse. Warum ist das schon wieder stundiert? Was soll die Scheiße? Ach, wie verkleidet man sich als Amoklauf? Die man alle anbringt. Nee. Oder... Oder... Kennt ihr das, diese komischen Spielzeugsoldaten, diese grünen? Die capestet ja alle über den ganzen Körper und malzt ja aber rot an vorher. Ja. Ja. Lass mich nicht reden. Lass mich einfach nicht. Das ist so wie eine Toy Story, ne? Ja, genau. Nein! Was? Aber... Aber... Aber der... 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 Der transparente Pudding. Komm, komm Kinder, mach jetzt mal was ganz Besonderes. Haut jetzt mal die blöde Karte raus, die ihr schon ewig mitzieht. Oh, okay. Alles klar. Ja, hab ich auch hier. Sehr schön. Was habt ihr denn da so an Müll? Schade, dann mach mal auf dem Klo den perfekten Haufen und kann es keinem zeigen, wenn man dann wieder der Kranke ist. Ist einfach auch so, ja. Frauen, die mit den Hacken klacken, kann man auch beim Kacken hacken. Mhm. Okay. Ihr seid wohl in der Birne, weil ich... Verbot für euch mein Charme-Bereich. Boah. Ja, süß. Ja! Der ist so lange dabei, ey. Ich wollte die nicht... Ich wollte die nicht wegkicken die ganze Zeit, ich fand sie super witzig. Der Grund, warum du so aussiehst, ist... Mais. Nein, kein Mais. Ich werde das nicht mehr los, ne. Sag ich euch gleich. Der Mais wird mich echt ewig verfolgen. Der Halo hat direkt gelockt. Sofort. Ja. Ich hätte mehrere, die passen. Wenn der Crimson überlegen muss, dann weißt du, dass das echt kritisch ist. Kritisch? Kritisch. Mit Ü. Kritisch. 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 Das ist aber ein bisschen kritisch bei dir, Crimson, ne? Wie jetzt mit Ü oder mit Ü? Mit Ü. Beides. Mit Ü-Ü. Du machst mir ganz kürr. Kürrü, bitte. Kürrü. 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 Das ist die türkische Version von Benjamin Blümchen. Kürrü. So. Okay. Ahem, ahem. Scheiße. Der Grund, warum du so aussiehst, ist... Übelste Propaganda. Mein... Boah. Alter. Propaganda einfach. Das ist ein Traum, ey. Der Grund, warum du so aussiehst, ist... Punkt, Punkt, Komma. Ist echt... Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Der Grund, warum du so aussiehst, ist... Afrikanische Kinder, die mit aufgeblähtem Bäuchten... Ach, du Scheiße. Leute, Leute. Das muss das hier sein. Was? Ah, fuck, ey. Der Handy winnt sie jetzt nicht gleich. Was? Also das Punkt, Punkt, Komma, Strich hat super gepasst. Das war super. Und der Oscar geht an? Geht klar, wie immer. Ah, Fiege Scheiße. Jetzt hast du... Jetzt... Nee, jetzt hätte ich sonst nicht geschrieben. Wir hätten es vielleicht alle schreiben können. Aber ich mach's jetzt nicht, weil es hat ja... Nee, nee. Die Oscar geht an. Ja. Entschuldigung. Liebes Fräulein, Sie sind am Tranzen. Und der Oscar geht an... Machen Abgang, du Opfer. Also das ist ein guter Film, ein guter deutscher Film. Machen Abgang, du Opfer. Keine. Der Oscar geht an. Chronische Unterfügelung im dritten Stadium. Also halb so wild. Also alles halb so wild. Und der Oscar für den besten Film geht an. Eine Brause mit Klopapiergeschmack. Finde ich für den deutschen Film. Ja! Ich hab's mir aber anders gesagt. Ich hab's mir so... Ihr müsst es sich so vorstellen. Das ist einfach so... Und der Oscar kommt einfach auf die Bühne. Machen Abgang, du Opfer. Ich krieg den Preis. Fick dich. Das mache ich heimlich vor jeder Aufnahme. Alles klar. Easy peasy. Nee, doch nicht. Oh ja, doch. Das find ich schön. Das find ich eine schöne Antwort. Ich hab das Gefühl, ich gewinne trotzdem nicht. Jetzt ist es vorbei. Ja, das ist jetzt wie der Minenfeld, ne? Also entweder... Also... Also, das mache ich heimlich vor jeder Aufnahme. Gehe nach H&M in die Umkleidekabine und rufe Leute. Klopapiers alle! Vor jeder Aufnahme. Vor jeder Aufnahme. Vor jeder Aufnahme. Hoffentlich hast du da ein H&M in der Nähe. Nee. Jojo. Ja, ja. Oder das mache ich... Oder das mache ich? Lied aus der Super... Was? Super Puffer Reiter. Der Super Puffer Reiter. Ach das! Ja. Ja, shoot es weiter... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Da both... Ja, das geht sofort... Okay. Concentrationen... Ja, ja. Ja, ja. Holt da seinen Cowboyhut raus und los geht's. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das war aber richtig knapp, Alter. Leute, meine Videos wurden heute wieder demonetarisiert. Das ist mal wegen ... Oh, shit. Drei Gründen sogar. Ui. Was hast du schon wieder angestellt, Kups? Ui. Was war das denn? Ich will ganz kurz fassen, dann erzähle ich es euch. Oh je, Crimson. Entschuldigung. Okay, bereit? Also, dieser 1-Reviews wurde heute wieder demonetarisiert, aber das war wegen ... Hey, Crimson, hier ist Ben, wir bitten den Punkt, der mich gewinnt. Weil der so scheiß Schleich mit Haarschrufen macht und muss der gleich viel sterben. Oh, ist das billig. Oh, Alter. Ii. Widerlich. Deshalb hat der so lange, ich brauch's damit einzuloggen. Oh, ist das ... Oh, ist das ... Ich hab bitte geschrieben. Trotzdem, das ist wirklich ... Ehrlich. Du hast ein Komma vergessen, ist also schon verkackert. Oh, nein! Ja, das hab ich's nicht verdient. Äh, demonetarisiert und diesmal wegen ... Na? ... dem Kindergartenausflug in die katholische Kirche. Eiei. Ja. Kann ich nachvollziehen. Keine Blogeinzeige. Keine 8 Jahre mehr alt. Außerdem wegen ... Omi-Liebe. Also, ich find die Antwort ist obviös, welche du nehmen solltest. Ja, das stimmt. Alles besser. Ja! Wir können weiterspielen! Ja, klar! Okay, ich hab's zumindest versucht. Ah, nein! Scheißes Pinza! Oh, fuck. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ... Hitlerwien. Boah! Scheiße! Oh Gott! Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ... Hitlerwien. Boah! 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 Willst du sie auch mal sehen? Willst du sie auch mal sehen? Boah! Boah! Widerlich. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist ... Ein Homosexueller mit Paris Hilton im Arsch. Was? Das will ich wirklich nicht sehen. I'm sorry. Sorry, guys. Ja! Boah! Ja, ja, ja! Boah! Scheiße! Jetzt geht's los! Okay ... Ich und ... Hm? Ich ... Ich ... Und dann bist du dran. Ich ... Und dann bist du ... Na, erst ich, dann ... Und dann bist du dran. Genau. Ich mach das und das. So soll es ungefähr ... Ja, ich werb und dann bist du dran. Boah! Okay. Ich will auch mal gewinnen. Mal vor allen Dingen. Ich hab noch nicht einmal gewonnen. In der ganzen Aufnahmesession hab ich nicht einmal gewonnen. Ich auch nicht. Also, ich bin noch nicht so lange da, aber ich hab auch noch nicht gewonnen. Und ich war ... Insgesamt immer noch auf nur 31 gewonnenen Spiel. Vielleicht kriegst du ja jetzt den Punkt. Vielleicht. Jetzt vor allen Dingen, ja. Meine Chancen sind 1 zu 3, dass es weiter geht. Ja. Oder Cripsen schon mehr gewinnt. So. Ich ... ... ... ... Ist das Widerlich? Oha! Oha! Nochmal Ben! Hier nehmen wir nicht diese Karte, sondern Alus. Dann haben wir voll das spannende Finale. Nöööö. Jetzt ist es eine 50-50-Chance. Wir haben prozentual aufgestiegen. ist doch super. Hat Klüms jetzt auch geschrieben, nämlich mich? Das wäre mega krass jetzt. Das wäre aber... Ich wick durch Donner, leg mich doch am Sack. Und dann bist du dran. Ich wichse in dein T-Shirt und was? Trage es auszusehen am nächsten Tag zur Schule. Am nächsten Tag in der Schule. Okay, Yara. Yara, du schaffst es. Und wenn du dich nicht sicher bist, nimm meine Karte. Boah, das ist ekelhaft. Ich helfe dir, Alu. Ich ahne, schrecklich ist, ich glaube, hier wischel ich jetzt Quimpsen, oder? Ich weiß es nicht. Versehen. Wofür entscheidet sie sich? Du schaffst das. Dieser Druck, der auf Kiaras kleinen Schultern lastet. Sehr breit. Das kann ich nicht beurteilen. Ich hab dich noch nie vor mir gesehen. Druck, der auf Kiaras kleinen, breiten Schultern lastet. Ja! 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 Alter! Ich bin jetzt zah! Leck mich doch am Arsch! Jetzt ist es, jetzt ist es, jetzt ist es hier. Wunderbar die Fische. Ja! Das kann ich ja jetzt nur noch verlieren. Ich hab keine Blankcard mehr. Mist. Ich könnte jederzeit machen. Nimm mich! Nimm mich! Also in meiner Gegend hätte das jetzt eh nach so gehört, der wurde da fragen. War das ein Angebot? Ich hätte vielleicht mal vorher auf meine Karten gucken sollen, weil ich hab nämlich nur Scheiße. Blöd! Du Bullshit! mit solchen Karten gewinne ich halt nicht, ne? Ah! Ich nehm. Ist egal. Ist egal. So. So. Ich könnte jederzeit Ich bin dein Vater. Warte. Ich bin dein Vater. Aber so geht der Spruch nicht. Oder ich könnte jederzeit in Omis geile Spalte machen. Ja. Oh. Oh. Pfuiger ja. Widerlich, Leute. Aber echt ekelhaft. So, Alu. Entscheide dich. Das ist quasi wie Indiana Jones von dem Heiligen Gra. Ja, ich weiß. Aus welchem Becher Oh, die Spannung. Die Spannung. Welche musst du trinken? Umis geiler Spalte. Das hast du jetzt nicht so. Widerlich, ey. Boah. Nein! Nein! Bäm! Oh, Mist, ey. Hat er schon wieder gewonnen. Das ist nicht mehr das nicht, Crimson. Nee, überhaupt nicht. Ich habe eine Liste an Leuten vorbereitet, denen ich für diesen Sieg danken möchte. Mir und vor allem möchte ich dem Hacker danken, der dieses Cheat-Tool entworfen hat, mit dem ich die Antwort manipulieren kann. Danke. Bravo. Bravo. Ja, verdient, verloren. Es ist aber wirklich einfach die widerlichste Karte. Mhm. Das ist wirklich einfach losgerissen. Das ist wirklich eklig. Das war, aber war, war, war trotzdem, war es trotzdem spannend, war schön am Ende. War verdammt spannend. Ich meine, ich will dazu kurz hinweisen, dass ohne meine Aufabfung meiner beiden Blankkarten es niemals so weit gekommen wäre. Ja, wahrscheinlich. Das könnte sogar durchaus sein. Ja. Also möchte ich an dieser Stelle das Crimson, den Sieg alle abbekannt bekommt und einfach an mich geben. Dann bin ich auch zufrieden. Weil du die Chancen verändert hast? Ja, ja, ja. Es wird immer, es sollte, ich finde, man sollte eher die Spielmanipulatoren ehren als den Spielleiter, finde ich persönlich. Wie jetzt Spielleiter? Ich bin gerade der Spielleiter. Ja, oder der, der das Spiel hat manipuliert. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, auf jeden Fall bin ich der Gewinner der Herzen. Danke. Der Herzen. Danke, danke, danke. Das ist ja nichts wert. Oh, danke, danke. Oh, da kommt meine kleine Träne, die wir schnell weg. Ach, so. Danke. Wir waren alle gut, sagen wir es so. Ja, wir waren alle gleich scheiße. Ja. Menschlich waren wir scheiße, aber so spielerisch waren wir ganz gut. Ja, war lustig. Ja, dann war es das, glaube ich, auch, oder? Also, ich bin auf jeden Fall, ich bin durch. Dann schicke ich jetzt mal einzeln die Zuschauer raus. Gemeldet und blockiert. Gemeldet und blockiert. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Bis zur nächsten Aufnahme. Ciao. Tada.